Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem Video zu Nintendo Switch Sport. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Fußball. Ja, ich weiß nicht, ob das ein eigener Part wird oder nicht. Ich erkläre mal kurz, mit dem rechten Stick muss ich zielen, mit dem linken muss ich laufen. So, ich würde gerne ein Tor mindestens schießen. Man hat eine Ausdauerleiste, die kann man natürlich leer bekommen. Komm, rein damit! Ja, Tor! Ich hab's Tor gemacht! Ich probiere gerade aus, was die einzelnen Tasten alles für Ausrufe machen. Ah, mit A kann ich sagen, hier. Je nachdem, wie ich kicke, fliegt halt der Ball, ne? Ah, schade, hab ich ihn nicht bekommen. Komm, Eva! Hol dir den Ball! Kann ich eigentlich treten? Ne, ich kann nicht andere Spieler treten. Hast du mal ausprobiert! Warum schießt du da schon? War doch absolut useless! Mann, schon wieder ein Tor! Ja! Ich bin gut! Ein goldener Ball! Der hat doppelt... Okay, der macht doppelte Punktzahl. Dem will man nicht den Gegner überlassen. Leute! Ich kann nicht alles alleine machen! Ach, alles gut! Ich carry hier komplett! Ich bin da so schön, ne? Ich bin da so schön, ne? Ich bin da komplett abgerieben. Ein bisschen die Ausdauer aufladen, damit ich gleich richtig viel habe. Ich halte mich bereit, dass ich den Ball gleich einfach wegdrücken kann. Midori, schieß! Was soll das? Los! Alles sogar plant! Ich mach hier alle Tore! Ich bin gut! Läuft doch! Ich hab ein richtig gutes Team, ne? Es macht halt Sinn, nicht sofort zu sprinten, sondern sich wirklich die Ausdauer so ein bisschen aufzusparen. Los, Eva! Pass rüber! Komm! Komm! Rein damit! Ich hab bisher jedes Tor gemacht. Wir machen eventuell noch eine zweite Runde Fußball. Weil das bisher richtig gut läuft. Der darf auf keinen Fall rein. Der darf auf keinen Fall bei uns rein. Einfach direkt lossprinten. Dafür hab ich mir meine Ausdauer ausgespart. Rein damit! Alter, ich hab vier Tore reingeschossen. Ich will da für den Bonus. Bester Spieler, Bundespros-Value-Player. Ja, jetzt hab ich ein Schleifchen. Wir spielen noch eine Runde Fußball. Aber ich hab jetzt jedes Spiel einmal auf jeden Fall gespielt. Ich werde das Spiel auch sehr oft off-screen wahrscheinlich noch spielen. Also so Fußball, Badminton, Badminton vor allem Ding. Oder Volleyball. Weil die fand ich richtig, richtig gut. Intense Grandpa. Ich bin ein Anfänger-Kätzchen. Man kann auch an der Sprache sehen, ungefähr, wer aus welchem Land kommt. Also man merkt, wenn irgendwer deutsch ist, wenn jemand aus England kommt, aus Amerika, Frankreich. Ihr könnt euch das anhand der Titel ungefähr denken. Bei mir halt zum Beispiel Anfänger-Kätzchen. Ist halt in Deutsch geschrieben. So, zweite Runde Fußball. Ich hab normalerweise eigentlich keine blauen Haare. Ich weiß ja gar nicht, dass man mehrfach täten kann. Ach ja, wenn man beide nach vorne drückt, das hab ich nie gemacht, dann kann man so einen Hechtsprung machen. Kommt, Leute! Wir müssen drauf! Komm! Hau ihn rüber! Ah, ich hab versucht, ihn durchzuschießen. Aber gegen drei Leute gleichzeitig komm ich halt nicht an. Los! Hau ihn rein! Los, Dario! Nein! Verhindern, dass die den kriegen können. Ich hab nicht viel zum Sprinten gerade. Noch ist kein Tor gefallen. Naja, war nicht nah genug. Was machst du da? Gans ist ein guter Torwart. Schöner Kopfball! Ja, rein damit! Der Kopfball hat's gemacht. erstes Tor! Okay, ich muss auf jeden Fall jetzt ein bisschen Ausdauer tanken. Ich hab kaum noch was. komm! Ihr beide verteidigt hinten und wir machen vorne. So, ich hab sie ausgetrickst. Hat wunderbar funktioniert. Sollen sie doch ruhig hierher schießen, dann mach ich den Kopfball. Es wäre schlauer gewesen, wenn einer von euch links gewesen wäre. Falsche Tastik gedrückt. Ich wollte B drücken. Gams, komm! Ich stell mich hier hin. Komm, Dario! Ich glaub an dich! Ich war nicht nah genug. Man kann sogar Minus-Ausdauer haben. Ich muss gerade auch dort tanken. Ich hab kaum noch was. Ah, nur ein Tor. Das ist nicht schön. Ich hab nur einen bewegt. Ich wollte normal schießen. Boah, könntest du dich bitte nicht mehr automatisch drehen, Kamera? So, die letzten 10 Sekunden nutze ich den Sprint. Nein! Den drückst du nicht durch. Komm, Dario, rein! Ach nee, es ist Chazes. Boah! Intense round! Ich war, glaub ich, wieder mehr schwer, Lüge. Ja, war ich tatsächlich auch. Okay, Leute. Damit hab ich genug Sport getrieben. Ich hab alles an einem Stück übrigens aufgenommen. Also konnte ich bisher nicht die Kommentare lesen. Ich weiß, dass in Zukunft hier noch Spiele dazukommen. Also, beispielsweise, ich glaube, Kajak fahren kommt noch dazu oder irgendwas in der Art. Da hab ich noch einen Trailer gesehen. Also, hier werden bestimmt noch Sportarten dazukommen. Und auf die freue ich mich dann auch. Also, ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass Nintendo Sports ohne Golf auskommt hinterher. zumindest so eine Art Speed-Golf. Könnt ihr ja gerne so Gäste in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was an Sportarten noch dazukommt. Auf jeden Fall. Falls ihr es in die Kommentare geschrieben habt, ich frag den Sunny mal, ob er dafür mal vorbeikommt, weil ich weiß, dass er das Spiel nicht kauft. Ich muss ihn dafür wirklich herholen. Und dann werden wir über ein anderes Mikrofon aufnehmen müssen. Das wird richtig AIDS. Aber ja. Ich wünsche dann jetzt hier jeden noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!